In diesem Video geht es um die besten Selfie-Sticks. Der Qualitätssieger in unserem Selfie-Stick-Test geht an den Blitzwolf Selfie-Stick. 2 in 1 Selfie-Stick mit eingebaute Fernbedienung. Sie können selbst Fotografie machen, oder den Controller trennen, um Gruppenfotos zu erfassen und aufzeichnen. Stativ aus Aluminiumlegierung mit rutschfester Fußmatte kann vermeiden, dass die Stativbeine nicht rutschen, sodass das Stativ stabiler ist. Interne 65 mAh Lithium-Batterie kann bis zu 50.000 Selfies nach vollem Aufladung innerhalb von 30 bis 45 Minuten aufnehmen. Drei Methoden von Selfies wählen 203-Grad-Drehkopf mit verstellbarem Knopf plus 360-Grad-drehbarer Telefonhalter. Und Sie können ihn drehen und einen horizontalen oder vertikalen Kameramodus auswählen, um die besten Winkelfotos zu erhalten. 148 Gramm Gewicht. 19,9 cm gefaltete Größe. Mit ausziehbarer Länge zwischen 27,5 und 67,9 cm können Sie eine kurze Länge für intime Aufnahmen verwenden oder eine längere Länge verwenden, um eine größere Landschaft zu bekommen. Mit bequemer ABS- und PC-Materialgriff und Aluminiumlegierung Welle ist dieses Selfie-Stick nicht nur leicht, sondern auch korrosionsbeständig und stark. Es ist eine gute Wahl für Reise. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Syosyn Selfie-Stick. SY OSIN Selfie-Stick mit abnehmbaren Auslöser. Sie können den Stick entweder als regulären Selfie-Stick verwenden, oder den Bluetooth-Auslöser abnehmen und als Dreibein-Stativ mit Fernauslöser verwenden. Entweder ein Kamera-Einbein-Stativ oder ein Handy-Halter. 70 cm extrem Länge ausziehbaren Selfie-Stick herausgebracht, um eine breitere Sicht zu erzielen oder ein Gruppenfoto im Stativmodus zu machen. Mit 270 Grad drehbarer Telefonhalter können Sie den besten Selfie-Winkel finden oder gute Momente jederzeit aufnehmen, egal ob auf Reisen, Party, Hochzeit, Promotionen oder bei dem Klettern. Mit dem eingebauten, wiederaufladbaren 50 mAh Lithium-Akku können Sie bis zu 15.000 Fotos in Folge aufnehmen. Zudem ist die Fernbedienung abnehmbar. Durch Drücken der Fernbedienung kann man einfach Foto aus der Ferne schießen. Mit einem Gewicht von 170 Gramm und einer Länge von 19 cm im eingezogenen Zustand ist es Ihnen bequem, es in Ihrer Tasche mitzunehmen. Die federleichte Aluminium-Legierung verspricht dieselbe robuste Qualität. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Selfie-Stick-Test ist der Grittin Selfie-Stick. Selfie-Stick-Stativ mit Fernbedienung 3 in 1 Selfie-Stick-Stativ mit Bluetooth-Fernbedienung Die maximale Reichweite der Bluetooth-Verbindung beträgt 10 Meter. Sie können den Stick entweder als regulären Selfie-Stick verwenden, oder den unteren Teil des Selfie-Sticks aufklappen, die Bluetooth-Fernbedienung abnehmen und als Dreibein-Stativ mit Fernauslöser verwenden. Die Länge des Selfie-Sticks kann von 19 auf 70 cm verlängert werden, sodass Sie Ihre gewünschte Länge wählen können. Mit dem um 270 Grad drehbaren Telefonhalter können Sie jederzeit und überall den besten Selfie-Winkel finden oder schöne Momente aufnehmen, egal ob auf Reisen, auf Partys, bei Hochzeiten, bei Abschlussfeiern, beim Klettern und so weiter. Falls Dir das Video gefallen hat und Du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.